Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er starb. Irina wurde an einen grausamen Fürsten verkauft. Sandor ins Exil gedringt. Und Kirill verlor seine Seele. Vaters Tod war kein Unfall. Anastasia, unsere geliebte Schwester, stach ihm ins Herz. Jetzt bin ich der Herzog. Und ich bin allein. Ich bin allein. Ich bin allein. Der Schatten des Todes schwebt über uns. Wie ein Fluch über der Familie. Bruder kämpft gegen Schwester. Aber unser Ringen ist nur ein einziger Tropfen in einem Kelch voll Tränen und Blut. Ein uralter Sturm erhebt sich.